Sophie Pagay, auch Sophie Pagay gebürtig Sophie Berg war eine österreichische Schauspielerin, Leben. Die Tochter eines Postbeamten übernahm schon siebenjährig erste Theaterrollen und gab ihr Profidebüt 1872 am Stadttheater Brünn als Hedwig in Sie, hat ihr Herz entdeckt. Einem Lustspiel von Wolfgang Müller von Königswinter. Weitere Engagements erhielt sie in Rival, Kiel, Görlitz, Breslau, Augsburg und Hannover. 1885 wurde sie an das Residenztheater in Berlin verpflichtet, ab 1896 spielte sie am Lessingtheater und ab 1899 am Hoftheater. Max Reinhardt holte sie 1912 an das Deutsche Theater. Ihr Fach war anfangs das der Munteren und Naiven, zum Beispiel als Marte Schwertlein in Faust und Luise Miller in In Kabale und Liebe. Später war sie unter anderem als Amme in Romeo und Julia oder Gina in Die Wildtinte zu sehen. Seit 1916 wirkte sie in Stummfilmen mit und war hier in den 20er Jahren eine vielbeschäftigte Nebendarstellerin, beispielsweise als Mutter, Tante, Haushälterin oder Nachbarin. Sie war mit dem Schauspieler Hans Pargei verheiratet, ihre Schwiegerin Josefine Pargei. Ihre Grabstätte befindet sich auf dem Wilmersdorfer Waldfriedhof Starnsdorf. Filmografie 1916 Die Rache der Toten 1917 Das Bildnis des Doreen Grey 1918 Kamm 1919 Die Fahrt ins Blauer 1919 Der Galärensträfling 1919 Rausch 1920 Anna Bolein 1920 Gentleman Gauner 1920 Auri Sacre Fames 1921 Der ewige Kampf 1921 Das Haus zum Mond 1921 Amor am Steuer 1921 Die Hafenlore 1921 Der Mord in der Green Street 1921 Lotte Lohre 1923 Der Mensch am Wege 1924 Aufbefehl der Pompadour 1924 Königsliebchen 1925 1925 Das Abenteuer der Sibylle Brandt 1925 Das Mädchen mit der Protektion 1925 Der Hahn im Korb 1926 4K Nummer 1926 1926 Rosen aus dem Süden 1926 Die sieben Töchter der Frau Gürkowitsches 1926 1926 Zopf und Schwert Eine tolle Prinzessin 1926 Das Lebenslied 1926 Der Seekadett 1926 Die Kleine und ihr Kavalier 1926 Der Mann seiner Frau 1926 Der gute Ruf 1926 Wenn das Herz der Jugend spricht 1927 Violende 1927 An der Weser 1927 Deutsche Frauen Deutsche Treue 1927 Doktor Bessels Verwandlung 1927 Eheskandal im Hause Frumont J.U.N. und Reislersen 1927 Der falsche Prinz 1927 Frühere Verhältnisse 1927 Die große Pause 1927 Das Heiratsnest 1927 Der letzte Walzer 1927 Wenn Menschen reif zur Liebe werden 1927 Wochen in Zauber 1927 Die Tragödie eines Verlorenen 1927 Die Frau die nicht Nein sagen kann 1927 Liebeshandel 1927 Das Mädchen ohne Heimat 1928 Die Heilige und ihr Nah 1928 Herkules Meier 1928 Das Spreewaldmädel 1928 Heute tanzt Mariette 1928 In Werder blühen die Bäume 1928 Lämke Sell Witwe 1928 Die Pflicht zu schweigen 1929 Autobus Nummer 1929 Dich hab ich geliebt 1929 Der Weg durch die Nacht 1929 Geschminkte Jugend 1929 Ein kleiner Vorschuss auf die Seligkeit 1929 1929 Der Tanzhusa 1932 1932 Theodor Körner 1932 Skandal in der Parkstraße 1933 Drei blaue Jungs Ein blondes Mädel 1934 1932 Schön ist jeder Tag den du mir schenkst Marie Luise 1935 Mach mich glücklich Drei blaue Jungs 1932 Drei blaue Jungs 1932 Drei blaue Jungs 2032 Drei blaue Jungs